Wie geil ist das? Bikes, wie findet dich zum Fitness-Mobie aus? Du wolltest schon immer mal ein Studium oder eine Ausbildung im Bereich der Fitness-Szenen absolvieren? Du bist sportbegeistert und kannst du mit Menschen umgehen? Du bringst Teamfähigkeit und Motivation mit? Du möchtest Spaß bei der Arbeit? Dann ist ein duales Studium im Bereich Fitness-Ökonomie oder Gesundheitsmanagement genau das Richtige für dich. Andererseits bei jahrgörblichen Studiengang kannst du dein angeeignetes Wissen direkt im Betrieb umsetzen. Zudem hast du die Möglichkeit eine duale Ausbildung zum Sport- und Gesundheitstrainer, Sport- und Fitnessbetriebs-Szenen oder Kaufmann-Kaufgau zu erwerben. Die Ausbildung bietet dir ebenfalls eine Menge Abwechslung. Du kannst Diplome erwerben, natürlich auch Lizenzen. Dazu zum Beispiel die Tränen für das Wiener B-Lizenzen. Um dir einen ersten Eindruck von unserem Team zu verschaffen, kannst du uns auf Facebook, Instagram und YouTube folgen. Zeige uns mit deiner Bewerbung, wie gerne du Teil des Sky-Teams werden möchtest. Zudem würden wir uns natürlich auch freuen, wenn du uns ein Foto in deiner sportlichen Aktivität schenzt. Nutze also die Chance und werde Teil des Hashtag-Guy-Teams in Dresden. Ausbildung zu beginnen ist im April und Oktober 2018.